Also wie was jetzt? Genau, wir hatten es ja jetzt besprochen. Es ist ja jetzt alles gesagt dazu. Alles gesagt. Es klingt alles so ein bisschen ironisch oder zynisch, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich gilt. Ja, wir versuchen es mal. Also, Babs, wer macht die Bäume? Ja, ich auch. Wer macht die, okay? Wer macht die Affen? Macht ihr die mit oder? Die machst du und der Panikzwiesel. Okay. Also, kiten, ja? Boah. Beschäftigen, spielen. Ihr könnt ja Bollerball spielen. Und Kevin macht deine Schaden. Der zieht sein Ding durch. Ich versuche diese grünen Dinger zu treffen. Wenn jemand einen Baum sieht, schickt er mir bitte einen Fax. Da hinten sehe ich zwei Bäume. Ich sehe zwei Bäume. Da ist ein Affe im Baum. Was? Das ist in der Fall. Grünschleim. Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird geschenkt. Manchmal wunder ich mich echt. Das ist irgendwie so ein Lead-Gut-Arsenal, das kenne ich gar nicht. Aber das tut mir leid. Oh man, ich hasse es. Ja, ich bin da auch einfach hoch zu, tut mir leid. Du hast noch ne Chance. Ja, ich komm ja nicht weg. Oh man, ey. Die Leder hat Kevin bestimmt alle von seiner Weihnachtsfeier mitgebracht. Das macht Swizzle ganz super, aber ich kann das nicht. Tut mir leid. Was ist das denn? Ich glaube, das war doch Nelly the Elephant, das Lied, wo ich meine das so an... Ich dachte, das wäre ein anderer. Das ist so entschuldigt? Ja, meinst du nicht? Ne, die grölen doch bei Nelly the Elephant so am Anfang. Dann ist es doch Test-Tune quasi. Baba, der Elephant. Baba, wird irgendwann. So einer wie der Baba. So einer war noch nie da. Warum wird es aber auch noch ein Benjamin Blümchen geben? Habe ich aber leider nicht wahr. Oh, ich leck mich schon. Ha, Hörspiel Benjamin Blümchen. Welche Folge möchtest du denn gerne? Zwizzle voll gut hier. Then off. Also irgendwo ist mit den Bäumen komisch. Kaum habe ich einen abgehackt, wächst direkt neben mir ein neuer. Ja, das ist ja so. Ich kann nicht großartig durch die Gegend laufen oder sowas, um andere zu plätten, sondern direkt neben mir wächst einer. Schon wieder. Das ist irgendwie, das hat System. Wahrscheinlich spawnen die einfach an Spielerpositionen. Also die zu plätten hat irgendwie echt keinen Sinn. Ja, die spawnen auch an Spielerpositionen. Achso, ich kann ja auch jetzt an Leo, ne? Ja, wenn ich euch irgendwie eine Hilfe bin. Ob die aufhören? Was meinst du? Ja, ob man sich am Anfang auf eine Stelle stellt, wartet bis dort alle Bäume gespawst. Achso, wenn man die nicht kaputt macht, meinst du? Also da die hier tatsächlich immer genau dann kommen, gerade wenn ich einen kaputt gemacht hab. Und mir wissen Gorillas was. Ist die Theorie gar nicht mal so weit hergeholt. Gorilla, Gorilla, der Gorilla mit der Sonnenbrille. Tanzt so gerne mit der Sü-Sibille. Tanzt so gerne mit der Sü-Sibille. Ula Paloma, Laulé. Schaut euch den Gorilla an, wie die Wanze tanzen kann. Denn er tanzt so elegant mit die Bille an der Hand. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn oder Hysterie, ne? Ein bisschen gruselig, ja. In der Tat. Wenn er das doch bitte haben wollte, dann wird er ja sagen. Was bitte? Beim Eishockey gibt's das jetzt auch, wenn der Gegner ein Tor schießt. Wunderbares. Nein, doch. Oh. Hast du's da? Jetzt hab ich ein Disconnect oder was? Ah, es geht weiter. Nee, hast du nicht. Ich möchte das nicht. Oh, hast du. Oh, 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 man. Oh, nee. Ich geh wirklich. Papileo, Stapi. Ach, das hab ich doch rausgenommen. Guck mal, krieg's nochmal ein Banner aufhören. Banging speed. Bananana. Ba-ba-ba-ba-ba. Tankeschön. Huch, hu, 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 hu. Du kannst ja ab und zu mal mit der Drei anspringen vom Großschwert. Trau ich mich nicht. Das hat eine AOE-Blenden. Okay, wenn du das sagst. Ich hab dich hier gerätzt. Okay, bist du dann gleich selber mit um. Danke. Hey, wir haben schon 40%. So gut waren wir noch nie. Was machen wir an, ne? Sonst? Vielleicht, weil ich gleich seitdem hier rumliege. Du beobachtest. Auch gut. Ich könnte ja mal eine Wiederbelegungskugel einsetzen. Also du kannst dich einfach mit an meine Position stellen, Arne. Da kannst du einfach auf den draufballern. Richtig kein grünes Ding. Okay. So eine Position hatte ich vorhin auch. Relativ nahe. Sogar. Da konnte ich sogar mit der Eins angreifen. Für die Eins ist hier zu weit. Woher irgendwas anderes trifft mich hier. Wurzel. Für die Eins ist es zu weit, ja? Ja, für die Zwei auch. Glaube ich. Für die Zwei ist es zu weit. Was war denn das? Da hinten? Ja, boah. Oh, 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 oh. Fuck weh. Noch weg. Ich muss mich mal den anspringen. Hab ich doch gerade. Das hast du gar nicht gesehen. Ist nicht ab. Weil ich brav angespringen bin. Was denn jetzt hier? Nein. Oh, Arne. Was ich komme. Ich gehe wegkomm. Übernimmst du, okay. Da suchen wir jetzt neue Affen. Ich glaube, ich sehe, ich stehe. Ganz bescheuert. Oh, super. Du kannst auch noch Wurzel kaputt machen, wenn du unten nickst. Ja. Also nur einen Baum in Reichweite. Haben wir keine Affen? Gesundheit. Gesundheit. Hol dir ein Taschentuch. Oder einen Aufnehmer. Aufnehmer. Freude. Ein Wischmob. Ey, nicht hier so reden. Sonst kann ich wieder nicht arbeiten. Oh, es kommen... Wissen, wissen... 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 Wissen jobs sind eigentlich die Affen? Das weiß ich. Ja, die sind doch gerade erst wieder... Ja, wenn ihr jetzt so lange braucht, das ist schon wieder der Respawn. Vom Respawn. Ja? Ja, Respawn vom Respawn. Gar nicht wahr. Aber sicher. Das ist... Nee. Inzwischen durch musste ich noch euren... Ja. Komm mir entgegen. Wir werden vom Geruch angelockt. Das mag sein, ich müftel ja auch so ein bisschen. Finde ich total gut, dass du so dazu stehst. Joa... Oh Gott. Was soll ich sonst machen, ne? Wenn der ganze Zeit den Ohr rumspringt. So ein richtiges System habe ich hier aber noch nicht. Ja... Einfach draufschießen, ne? Schubsi weg, schubsi weg. Machi, 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 machi. Ach so. Jetzt fällt mir das ein, ne? Was fällt dir ein? Äh, das Lied, von was ich vorhin... ... singen wollte. Ja, sing nochmal. Wie es weiter geht, oder was? Da... Sing nochmal vom Anfang an, ich möchte das auch lernen mit der Zeit. Ich stinke. Das ist ja das andere. Ach so. Ja, das kenn ich doch. Der hätt ich dir helfen können sogar. Ja, ich bin nicht aufgekommen. Wie machen wir das eigentlich gerade? Wie viele machen Affen? Wie viele machen Bäume? Wie viele machen was anderes? Zwei machen Affen. Bitte? Naja, anderthalb. Zwei machen Affen, beziehungsweise anderthalb. Weil ich ja immer liege, ne? Und ich lege sowieso. Ich sollte eigentlich Bäume machen. Nein, kein Video. Ne Video. Ihr macht das ganz toll ohne mich. Arne macht das für jeden Weg ein Video. Und da das ja jetzt neu ist, im Gegensatz zu unserem letzten Besuch hier drin. Naja, es ist schon wieder in Arbeit. Aber schön, dass euer Gesang mit da drauf ist. Nein, nicht. Ich nehm nicht auf. Ich weiß nicht, ob Arne. Ich nehm nicht auf. Ich nehm nicht auf. Ich nehm nicht auf. Ja, hau mich mit deinem letzten Lebensprozent um. Ja, er ist gleich down. Ich hab jetzt echt ein schlechtes Gewissen, dass ich mir da nicht auf die Zugung. Das hätte ich nicht. Also ich würde da auch gerne liegen, aber... Puh, da war aber auch eine schwere Gewurz. Ja, er ist noch nicht tot. Ja, den Tag nicht vorm Abend und so, ne? So. Das ist zu viel, der Schmerz. Das war nicht schön. Das war nicht. Das war nicht. Untertitelung. BR 2018